hallo willkommen bei neuer part bei 3d world so jetzt in diese part wollten wir ja jetzt den level hier noch machen und fehlen da noch zwei sterne und danach gehen wir da vorne in das level hier hin das werden wir da noch gemeinsam machen dann auch mal in das level rein so natürlich wieder mario so damit wir gucken wo die sterne sind denn er ist dann hier haben wir schon da brauchen wir da nicht so viel zu gucken so da müssen wir schnell aufpassen wo mir halt dann den stern finde so kommt mal kaputt aber ganz wichtig haben wir sehen der kugel ist dann über den stern gut nur ein würfel hat mich glaubst du nicht gehabt weiß ich nicht mehr dann geh mal den wick hier hoch so gehen wir hoch mario gut erst drünen sterne jetzt müssen wir aufpassen ob hier vorne noch unser stern ist so dann gucken wir erstmal hinter so ist auch mal nicht so rüber so dann gehen wir lang lang leider keins geben wir da mal hoch ok genau die kiste mal kaputt schade nichts drin mario kommt wieder hoch so die muss auch bald mal stern sein oder so hier werden leider auch nichts dann gehen wir mal zurück dann gehen wir mal zurück dann gehen wir mal zurück vielleicht sind das für die sterne da dann beeilen wir uns mal leider nicht schade wäre toll gewesen und hoch fluchen wir mal wo sind wir denn mal ok hier sind wir nichts dann gehe mal zurück so gehen wir mal zurück so gehen wir dann mal hoch dann gehen wir hier mal hoch irgendwo müsste hier sein ok kommen wir kurz nach hinten schade ok da gibt uns hinten wirklich gar nichts so aber hier bestimmt auch leider nicht durch die wand nein schade ok vielleicht unten kann ja sein so geht hier irgendwo rein schade ok erst gucken wir mal oben man weiß ja nie gut da oben gestern gar nichts verdammt wo sind denn haben wir schon verpasst oder was ok dann gucken wir mal oben ok dann gucken wir kurz mal oben so und gut vielleicht hier hier ok gut vernichtet so so und dann gehen wir erstmal hoch hoch schade benützelt abwehren und anlauf ok da kommen wir nicht rein hätte sein können so so gut So, da haben wir eine Röhre Okay Natürlich Hier auch kein Stern Oh, geh auf den Weg, Goomba Alter Der Goomba So Hier gehen wir erstmal weiter So Hoffen wir mal, der hier den grünen Stern gibt Hoffen wir mal Gut, hier vielleicht Vielleicht ein dritter oder so Gut, gehen wir mal hoch Verdammt Gut, gehen wir mal da vorne Schade, kein dritter Stern Gut, hier hätte ich mir schon die andere Röhre rein müssen Gut, da wir hier verloren haben jetzt Muss auch was halten, die andere Röhre rein So Da kommen wir leider nicht hoch Gut, dann gehen wir mal rein Vielleicht müssen wir ja die andere Röhre rein Weil da muss ich dann bestimmt geben Verdammt, gehen wir aus dem Weg So Und komm Und hier rüber Können gut gebrauchen So Dann gehen wir den Weg nochmal weiter Aus dem Weg neu So Dann gehen wir die erste Röhre rein Hoffen wir mal damit Ich darf Finde Warum Was müssen wir machen Okay Dann müssen wir alle Lichtern machen Das machen wir nochmal Ich darf Das heißt nicht von den Dinger erwischen lassen So Dann die andere hier Komm So Komm schon So Dann gehen wir die Dame hin Gut Dann machen wir alle Lichtern So Komm Noch drei Mario Komm schon So Jetzt noch Die zwei hier Sehr gut Endlich mal Der drünen Stern Entweder der zweite Oder der dritte Ich hoffe mal Der drüge ist der zweite Rauf Gut Wie wir Wollte Der zweite Stern Gut Dann müssen wir zurück Verdammt Hier rum Nein Okay Da kommen wir so nicht lang Oh Ja toll Okay Wir müssen warten bis ich weggehe Ah Dann gehen wir hier rum Dann Ey Komm schon Ich kann mich raus Schlitten Natürlich nicht Das hätte ja nur siev laufen können Gut Nun mal auf ein neues So Dann holen wir uns Stern So Wunder mit uns Und hier Oho So Okay Hier runter So Den Stern holen wir jetzt Okay Nochmal Das heißt Hier So Okay Wir können uns selber aktivieren Ohne die Bälle hier Okay Habe ich nicht gewusst Ah komm Jo Jawoll Woll wir Und auf geht's So Rein mit uns So Ich weiß Dann hätte wir So So Da unter Gibt es eigentlich nichts Okay Ihr könnt mal das Kommt ab rein Wo Der dritte Stern Also meiner Sein könnte Hier unter Wohl nicht Okay Wir gehen mir erst mal nehmlich lang Dann versuch ich erst mal vorne mal Mein Glück Hier vielleicht Oh komm Hecker sein könne So So Weg mit euch Okay Ich weiß wo der Stern ist Bestimmt Hier oben Kein wenig Geld Aber der Stern muss hier sein So Ach komm Da hätte ich aber gedacht Dass der Stern da wäre Komm schon Gibt es schon Gibt es schon nicht Nein Können wir auch nicht so Schade So Probieren wir den Weg nochmal rein zu gehen Ich habe mich da irgendwas Irgendwas so gesehen Wir können da irgendwo die Wand rein gehen Na Okay Gehen wir mal hoch Zahle Gut Hier Wirklich kein Stern mehr Vielleicht ganz am Ende So Dann gehen wir da rein Ich glaube mal ganz am Ende Hier bestimmt irgendwo ein Stern Vielleicht hier Ich habe nur einen Pils Gut Versuchen wir hier außen rum Achso gucke Okay Hier oben vielleicht Nein Nein Verdammt Okay Ich wollte gerne noch dahinter gucken Ob da vielleicht ein Stern wäre Gut Ihr könnt mal Komplett haben Reintragen Wo der dritte Stern da ist Da kann ich ihm wieder Nächstes Mal suche Mit euch Gut Leider nur eine Grüne Sterne Zu bekomme Aber immerhin Weil ich euch noch nicht Mehr lange aufhalte Dann mache ich mich schnell Den nächsten Level Wenn ich in die nächste Welt Mal reinkomme Okay So Das war Marius Neu Gut Aber nun was Fühle ich das denn gut Ich kriege auch mal die Komplette Reinträume Ich spiele das Spiel Komplett blind Was fühle ich das Hier denn gut So Auf jeden Fall Ich kriege mal schneller Irgendwas kaputt Verdammt Komm Laufen wir jetzt zusammen So Okay Weiter So Jo Okay Wer mich schon mal Yeah Erste drüne Stern Hey Drei Marius Erster Was wird das denn gut Schreibt in meine Kommentare So Auf jeden Fall Jo So Weiter geht's Wo die nächste drüne Sterne Die brauche ich unbedingt noch Und Komm Komm Find mal Item So So Vermisch es Weiter geht's Jo Okay Dafür brauchen sie auf jeden Fall Und Fehlt dafür was Verdammt Verdammt Und fehlt ein Mario Ich brauche Wfalschweier So Dann gehen wir erstmal rein Ja Natürlich falls Wenn sie wieder runter bekommen Mit dem nächsten Stern Das geht Jede Wette ein Oh yeah Ich hab die nächste Damit Davor Schon wieder verloren Gibt's ja echt nicht Und Okay Nein Alter Ihr seid unfair Komm Runter Snell hole Und weg mit uns Klappen runter So Weiter rauf bekomme Yeah Nächste drüne Stern Hab ich da gewusst Was den da gibt So Den da hoch Ich hab den Was ich weiter Für gebrauche So Schnell hoch Und Yeah Komm Wir kriegen die alle Und Yeah So Die bekomme ich jetzt Sehr gut Verdammt Nur eine Minute Gut Dann drüge ich schnell rein Nicht mehr lange krödel Hier findet auch noch Drünen Stern Falls ich den drünen Stern Jetzt nicht finden sollte Können wir die Kommentare Gerne mal rein schreiben Wo denn dann sein sollte Und warum steht denn hier die 4 Können wir auch gerne mal sagen Vielleicht auch die Sterne die ich alle bekomme Ernsthaft Sagt mir was die 4 bedeutet Dann weiß ich was ich mag Vielleicht mit 4 Mario Können wir gerne mal sagen Und Tia Nein Das wird so nix So Und Yeah Golde Fahne So 40 Drüle Sterne Hätte Wie schon So Die hat er Bild gemalt Gut Gut Dann machen wir das Levy mal Und los geht's Riege mich nicht so viel So Geht nur nach vorne So Und bleibt mit euch Verdammt Okay Auf ein neues Feuer Mario Für euch mein Platz Diese Kerle Okay Leid ist hart Passiert Aber nicht schlimm So Schnell runter Verdammt Ich kann nicht sehen Was hinter die Kiste ist Sade So Komm Okay Wie soll ich das denn Alle mal ein Jo Dann gut gebrauche Gut Dann geben die Wichner Weiter hoch Zu Bowser Schloss Dann machen wir So 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 Gut Gut Stell nur mal Item hole Ah Verdammt Gut Gut Einfach Um Einfach Platz Ah So Weg mit dir Ja Echt So Zwei drüben Sterne Wie ich mit den Erdesstern bekomme Habe ich gar nicht Bemerkt Können wir sagen Wo ich den Bekommen habe So Dann Komm weg damit So Schnell weiter Komm Auf ein neues Platz Und weg hier Okay Zwei drüben Sterne Hätte wir Sehr schön Der letzte Stern bekommt Bestimmt Irgendwann Nach Falls Ich mir Hier Bekomme Falls Ich mir Doch Nicht Finde Bitte Schreiben Das In die Kommentare Wo Die Wir Alle Sind Ah Kommt So Unfäh Und Rauf Alter Der ist unsichtbar Davor Unfair Extrem Unfair Und Yeah Damn it So Leute Mir hat ein Blatt Gemacht Wo Bekommen Wir Den Letzten Drüben Stern Falls Wir Doch Nicht Finde Gerne In Kommentare Wissen Lassen So Komm Hier Muss Irgendwo Sein Hoffe Ich Mal Sonst Lass Mir Bitte In Die Kommentare Wissen Wo Du Ist Den Braucht Unbedingt Noch Das Geht Für Alle Level Um Den Ich Gefunden Habe Okay Bitte Sagt In Kommentare Wo Du Letzter Drüben Stern Ist Dann Werden Wir Gemeinsam Holen So Gut Es Schwer Für Eine Gold Farm Zu Bekommen Können Wir Dreisprung Machen Probieren Wir Kurs Mal Aus Wie Das Geht So Und Drei Okay Dreisprung Geht Hier Leider Nicht Mehr Schade Nächst Mal Mit Vielleicht Die Golde Farbe Supi Okay Leute werden wir in die nächste welt aufpresse aber davor können wir gerne mal sagen wo die andere sterne sind könnt ihr gerne mal sagen halt von dem level hier und von dem level auch und von dem level hier könnt ihr gerne machen so dann gehen wir hier mal weiter in die nächste welt und die andere sterne falls weiß dann wo sie sind welche bei gelegenheit mal hole gut das ist die nächste fehl dann versuchen wir die mal zu retten aber das erste der nächste part wir gucken wir kurz welches level das ist und das level hier machen wir den nächsten part weiter sehr schön ok also bis dann leute und mit dem nächsten part und haut rein so 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 so